Hallo und seid mir herzlich willkommen zu Gast bei Jolina, Samstagabend, ihr wisst. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, weil sie eine der ganz wenigen ist, die es auch geschafft hat, mit mir ein, wenn auch nur kurzes, aber immerhin ein Together zu spielen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Evil Bloody Eyes. Hallo Evil! Einen wunderschönen guten Abend, Jolina. Ich freue mich ganz tierisch, dass du zu Gast bist, wirklich. Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Du bist wirklich eine von den Let's Playerinnen, wo ich schon immer so ein bisschen gedacht habe, oh, die würde ich gerne mal interviewen, jetzt ist es endlich soweit. Evil, ich möchte auch gleich eine Frage stellen, weil die bewegt mich eigentlich schon eine ganze Zeit. Evil Bloody Eyes. Magst du verraten, wie es zu diesem Namen kommt und wie es darüber hinaus noch zu dem Dr. Evil kommt? Also das müsste ich unbedingt wissen. Ja, also ich hoffe, das sprengt jetzt nicht deinen Rahmen hier, weil die Geschichte ist ein bisschen länger. Mach nichts, fühl dich frei. Fühl dich frei und erzähl. Alles klar, ja. Also es war mir fast klar, dass diese Frage kommen würde. Klaro. Also ich muss dazu sagen, als ich diesen Entschluss gefasst habe, dass ich Let's Plays machen möchte, habe ich natürlich im Vorfeld überlegt, was für ein Name passt denn zu mir. Und ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht so diesen typischen Gamer-Girly-irgendwas-Namen haben, weil das passt einfach nicht zu mir. Und ich wollte halt irgendwie einen Namen haben, der zu mir passt, womit ich mich irgendwo identifizieren kann. Jetzt mag der eine oder andere denken, oh Gott, was ist das denn jetzt, Satanist, oder hast du das nicht gesehen? Nein, aber so ist das nicht. Das Evil ist im Grunde dafür, dass ich mich schon früh für so, ich sag mal, böse Sachen begeistern konnte. Also ich mochte so schon immer so die Dunkelheit, so die Nacht fand ich immer toll. Ich mag so Mystisches, Mysteriöses. Ich gucke auch sehr gerne Horrorfilme. Okay. Dann ist meine Stimme natürlich noch ein bisschen untypisch für mein Geschlecht. Was ja irgendwo auch schon wieder böse ist, weil eben ziemlich dunkel ist. Und was auch vielleicht noch sehr interessant ist, ist, dass ich früher in der Schule, als wir so darstellen, Spiele immer noch hatten, da musste ich öfter mal diese bösen Rollen spielen. Also sprich, ich habe zum Beispiel bei Faust in Mephisto gespielt. Ach, guck an. Ihr habt echt Faust in der Schule aufgeführt? Ja, haben wir. Meine Deutschlehrerin fand das immer ganz toll, die mochte das immer total, so Sachen da zu machen. Und ja, das waren immer so die Rollen, die mir irgendwie so mehr oder minder auf den Leib geschneidert waren. Und ja, also... Ganz kurz, Evil, hattest du schon in der Schule so ein bisschen eine tiefere Stimme? Ja, vielleicht noch nicht so, aber doch, das hat sich auch schon da abgezeichnet, ja. Vor allem hattest du den Mut, böse und abgründig zu sein. So ungefähr. Okay. Ja, und auf jeden Fall war dann irgendwie für mich klar, dass dieses Böse irgendwie damit rein muss, weil ich mag auch dieses Wort irgendwie, dieses Evil, so. Und deswegen war das für mich klar, das muss in meinen Nick mit rein. So, aber das hat mir halt noch nicht gereicht. Und dann habe ich eine Weile weiter überlegt. Und irgendwie wollte ich eben auch was haben, was so zusammenpasst. Also ich meine, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwie schreibe, so was wie, weiß ich, Evil Sweet hast du nicht gesehen, das passt nicht. Und ich bin ein Mensch, der mag zum Beispiel gerne die Augen von jemandem. Also wenn ich jemanden das erste Mal sehe, dann schaue ich ihm eigentlich für gewöhnlich zuerst in die Augen. Und man sagt ja auch immer so, die Augen sind der Spiegel der Seele. Und das ist für mich immer so was, diesen Spruch, den mag ich irgendwie auch total gerne. Und somit war für mich dann irgendwie klar, okay, dieses Eis muss mit rein. Das ist so dieses, aber irgendwie fehlte mir dann noch so dieses gewisse I-Tüftelchen, sag ich mal. Und habe dann überlegt, was könnte ich dann noch dazu nehmen, was dann auch dazu passt. Und wollte eigentlich gerne diesen Horror-Aspekt ein bisschen mit reinbringen. Aber Evil Horror Eis klingt jetzt irgendwie nicht so. Das ist eine Silbe zu viel. Genau. Ja. Und das gefiel mir einfach nicht. Dann habe ich weiter überlegt, was würde dann weiter zusammenpassen. Und irgendwann kam ich dann darauf, dass ein Horrorfilm ja nun mal doch sehr viel Blut auch fließt. Oh ja. Und es ist ja irgendwo auch die Lebensessenz, ist ja so. Und irgendwie passte dieses Bild, ich hatte dann dieses Bild im Kopf und dachte mir so, eigentlich passt das doch ganz gut zusammen. Und es gibt natürlich gedünglich Spielraum auch für die Leute, die mich nicht kennen. Da so ein bisschen zu überlegen, was ist denn das für ein Mensch? Was erwartet mich denn da jetzt? Das ist natürlich noch so dieses, da kann man sich noch ganz viel mit reininterpretieren. Und irgendwie gefiel mir das dann so. Und dann kann ich mich mehr oder minder identifizieren einfach. Und deswegen Evil Bloody Eyes. Ja. Hast du eine Ahnung, diese Neigung zur Abgründigkeit, wo die herkommt? Sind das dir die spannenderen Personen? Ich weiß es nicht. Also ich war schon relativ früh mit sowas konfrontiert. Also ich mochte das auch schon recht früh. Und meine Eltern mögen zum Beispiel auch, naja, ich sag mal dunkle Musik, sprich auch so Metal, Rock und sowas. Ich mag auch Totenköpfe und sowas. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Aber vielleicht kommt das da auch noch so ein bisschen mit von meinen Eltern. Also meine Mutter lässt sich da auch ganz schnell von faszinieren. Und ja, ich mochte halt auch schon immer so eine Spiele aus mit irgendwelchen mystischen Wesen oder so. Das weiß ich nicht, das hat mir schon immer sehr gut gefallen. Das hat sich einfach schon recht früh auch bei mir abgezeichnet. Und irgendwie kann ich mich damit halt so identifizieren dadurch. Und wie kam es jetzt noch zu dem Doktor? Ja, das ist eigentlich so eine Geschichte, die ich selber so gar nicht richtig beantworten kann. Das ist, also ich weiß, dass der Ursprung in einer Spam-Kneipe vom Let's Play Forum ist. Und da bist du relativ aktiv? Ja, zwar aktuell nicht mehr so extrem, aber auch noch, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass ich einfach nur versucht habe, Leuten denn da, wenn sie irgendwas gesagt haben, Mensch, was kann ich dann machen? Versucht habe dann zu helfen irgendwie. Und dann gesagt habe, ja, so aus Spaß, ja, ich habe halt Ahnung. Ich bin eben der Arzt mit Ahnung. Und irgendwie ist das so eine Art Running Gag geworden. Und seitdem ist dieses Dr. Evil halt da. Und das hat sich immer so durchgezogen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, irgendwie passt das auf meinen Kanal und habe das dann damit eingebunden, so mehr oder minder. Genau, weil das ist nämlich tatsächlich so, also du hast ja bei deinen Playlists, da hast du ja irgendwie, hast du es geschafft, da einen Dropdown zu machen und deine Playlists nochmal zu systematisieren. Ja. Da musst du mir dann mal nachher offener erklären, wie das funktioniert. Kann ich gerne machen, ja. Gut, und da stehen zum Beispiel so Sachen wie Dr. Evils aktuelle Patienten, laufende Projekte. Patienten auf Kur. Also du spielst dann ja damit. Du spielst mit dem Bösen, du spielst mit dem Doktor. Ja. Und jetzt, pass auf, lieber Dr. Evil, was sind denn deine aktuellen Patienten? Also meine aktuellen Patienten sind zum einen Dark Souls, die Prepare to Die Edition, was ich blind zocke. Ach du, ich bewundere dich endlos dafür. Ja, das ist für mich auch ein mehr oder minder wahnwittiges Experiment. Und eine riesengroße Herausforderung. Aber es macht echt enorm viel Spaß. Und das ist eigentlich auch entstanden, weil man mich dazu mehr oder minder schon fast genötigt hat. Ah, Berichte. Mache ich gleich, wenn ich die restlichen Projekte dann noch vorgetragen habe. Also das zweite ist Groove Troop. Das ist ein Together mit dem Toasty534. Ist auch blind, das ist eigentlich schon fertig aufgenommen, aber das wird auf seinem Kanal hochgeladen. Und er kommt aktuell nicht so viel dazu, diese Videos dann auch fertig zu stellen. Und naja, mal gucken, wann er die da mal hoch lädt. Das heißt, auf deinem Kanal kommt das dann nicht? Ich verlinke das richtig in meiner Playlist, genau. Weiterhin habe ich dann Super Metroid auf dem Kanal und The Legend of Zelda Link's Awakening. Die Deluxe-Version, also sprich das Remake, was für den Game Boy Color ist. Okay. Spielst du da irgendwie mit Emulationen? Wie machst du das? Ich mache das mit dem Emulator, ja. Was aber auch da durchzustande kommt, dass die Qualität da einfach besser ist, als wenn ich das jetzt mit einem Grabber oder sowas machen würde. Das ist einfach einfach zu handeln, sag ich mal. So, ja, Dark Souls. Genau. Du hast es auch bei der ersten Folge, hast du es auch so ein bisschen angesprochen. Aber wäre schön, wenn vielleicht die Zuhörer, weil Dark Souls ist ja auch ein ganz besonderes Spiel, wenn die hören würden, wie das zustande kam. Es gibt nicht allzu viele Frauen, die das jetzt playen. Ja, also im Grunde ist auch da der Ursprung, wieder die Spam-Kneipe. Ach, guck mal einer an. Leute, guck mal in die Spam-Kneipe, da geht's ab. Ja, also da hat die Negoa sich mit dem, ich glaube, mit dem Cobra Werde, oder auf YouTube Liberty Denied, über Dark Souls unterhalten. Und ich habe das zwar mitgelesen, habe zwar nicht viel verstanden, aber irgendwie klang das interessant, was da so immer geschrieben wurde. Und alles, was ich über Dark Souls zu dem Zeitpunkt wusste, ist einfach, dass es ein RPG ist, das einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad haben soll. Das ist scheißschwer, um es ganz deutlich zu sagen. Ja, und da habe ich dann so aus Spaß gesagt, Mensch, hört auf davon zu reden, sonst muss ich mir das auch noch kaufen. So, und so wie die Negoa natürlich ist, hat sie denen gesagt, ja, tu es und am besten als Let's Play. So, und sie hat dann davon auch nicht mehr abgelassen. Sie hat dann immer mehr gesagt, Mensch, das fände ich total toll, wenn du das machen könntest und so. Ich meine, sie hat es auch begründet eben damit, dass ich zum Beispiel in Secret of Evermore, was ich ja nun vergleichsweise recht gut kenne, sehr routiniert gespielt habe. Und dass sie eben neugierig darauf ist, wie ich das in einem Blind-Projekt zu so einem schweren Spiel dann mache. Und so ist das eigentlich entstanden. Dadurch habe ich überhaupt erst überlegt, das zu machen, sonst wäre das, glaube ich, nie passiert. Kanntest du das Spiel vorher gar nicht, oder? Ich kann das nur vom Hören sagen. Also selber wirklich mit beschäftigt hatte ich mich erst dann im Zuge dessen, dass man mich eben damit konfrontiert hatte. und vorher eigentlich gar nicht, nee. Weil das ist ja nicht nur unglaublich schwer, das ist ja auch ungeheuer komplex, dieses Spiel, ne? Auf jeden Fall, ja. Wie geht's dir mit Dark Souls? Du hast es ja schon gesagt, es scheint dich ordentlich zu faszinieren. Also das Spiel ist total toll, also ich weiß nicht, ich bin noch nicht besonders weit, glaube ich. Aber du hast immerhin schon 17 Videos oben. Ja, ich habe im Grunde auch noch mehr schon auf der Platte. Das ist das, was ich mit am meisten spiele im Moment, weil mich das so fesselt. Auch wenn es sehr, sehr fordernd ist. Ich finde das Spiel wirklich sehr faszinierend, auch das Ganze, was einem da offenbart wird. Man hat ja quasi eine Art Open World und man kann ja überall hin. Und man hat überall neue Gegnertypen. Man wird auch irgendwo dazu gezwungen, sich eine Taktik zu überlegen, wenn man jetzt zum Beispiel länger an einem Boss hängt. Ich habe beispielsweise an einem Boss zwei Stunden gehangen und habe dann eben überlegt, Mensch, was kann ich denn jetzt machen? Und den dann endlich in die Knie zu zwingen. Und ja, wenn man das geschafft hat, das Glücksgefühl ist so wahnsinnig toll. Das glaubt man gar nicht. Ich kenne es. Und ja, das Spiel lässt mich nicht los. Es ist echt eine Faszination da. Das habe ich so in diesem Rahmen auch noch nicht erlebt. Und das ist echt richtig toll, ja. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr mal Dark Souls Let's Play von einer Frau sehen wollt, die noch darüber hinaus es wirklich schafft, bei Gegnern, selbst wenn sie zum fünften Mal hinrennt, noch einigermaßen die Ruhe zu bewahren, dann müsst ihr sofort auf Evils Kanal und euch mal die Dark Souls Folgen angucken. Was ich bei deiner Art zu kommentieren finde, sind zwei Dinge, die mir so unglaublich hervorstechend sind. Das ist einmal tatsächlich diese Ruhe, die du hast. Du bewahrst auch bei Dark Souls A den Überblick, B bleibst du ruhig. Also selbst wenn man jetzt schon merkt, so langsam kommt die Verzweiflung, weil ich kenne das, wenn man zum fünften Mal gegen einen Gegner kämpft. Trotzdem bleibst du immer cool. Das ist die eine Geschichte, die ich sehr auffällig finde bei deinen Let's Plays. Und dann hast du noch etwas, das kommt jetzt zwar nicht zu Dark Souls zum Tragen, aber bei Heidi zum Beispiel, Terranigma, ich kann es nicht aussprechen, hilf mir, Terranigma, genau. Und zwar sprichst du deine Charaktere. Du spielst ja recht viel Retro, wo die nicht vertont sind und du sprichst deine Charaktere und du sprichst die wirklich genial. Du gibst denen unterschiedliche Stimmen. Wie machst du das, dass du die so genial spielst? Du gibst denen ja zum Teil sogar Dialekte. Wie schaffst du dir das, es zu merken? Das hat mich unglaublich fasziniert. Also wirklich merken, ich versuche es mir zu merken. Also manchmal weihe ich das trotzdem ein bisschen ab. Aber ich sage eigentlich immer, das kann eigentlich jeder. Weil man muss sich im Prinzip bloß trauen, das zu machen. Man kommt sich ja eigentlich, also so ging es mir zumindest am Anfang, man kommt sich am Anfang so ein bisschen blöd vor. Man sitzt an seinem Rechner oder an seiner Konsole und redet dann eh schon vor sich hin. Da denkst du, oh Gott, wenn jetzt hier einer reinkommen würde, was wird der von mir denken? Ja, ich weiß, male male. Und wenn man dann noch anfängt, irgendwelche Stimmen danach zu machen oder irgendwas da, da fühlt man sich ja noch bekloppt dabei. Aber man muss halt wirklich den Kopf ausschalten. Man muss halt echt einfach nur versuchen, das zu machen. Einfach machen. Man muss Spaß dabei haben und man muss halt versuchen, irgendwie vielleicht so eine eigene Intention damit reinzubringen. Also ich versuche halt immer so, die Charaktere so zu sprechen, wie ich sie jetzt persönlich interpretiere. Also wenn ich da zum Beispiel so eine alte Frau höre oder sehe, dann versuche ich mir vorzustellen, Mensch, wie stelle ich mir diese alte Dame da jetzt vor und versuche das dann auch, um meine Stimme zu legen. Manchmal gelingt mir das ganz gut, manchmal eher nicht so. Also da bin ich nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Aber ich, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, dass das jeder kann. Man muss sich nur wirklich trauen und ich spiele halt gerne mit meiner Stimme rum und hin und wieder kommt das auch ganz gut an. Das kommt nicht nur hin. Also ich finde, du hast da auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Einfach weil es gibt viele, die das machen oder versuchen. Es gibt aber kaum jemanden, der dabei so authentisch rüberkommt und das auch so vielfältig schafft. Ja, ich versuche es immer. Also ich gebe mir immer viel Mühe damit. Ich will den Charakteren immer ein bisschen Leben einhauchen, so eine gewisse Persönlichkeit. Und man kann damit ja auch gewisse Situationen noch so ein bisschen untermauern, sage ich mal. Also man kann eben versuchen, die Stimmung von der ganzen Situation da so ein bisschen mit zu untermauern halt. Also Leute, das müsst ihr euch echt mal angucken, wirklich, weil es ist absolut faszinierend. Ich habe schon viele Let's Player gesehen, die das versucht haben, aber keinem, bei dem das so durchgehend derartig genial kommt. Also da finde ich, hast du echt absolutes Talent. Aber du spielst ja auch Theater oder hast Theater gespielt. Du scheinst da eh eine Ader zu haben für. Ja, also das war aber früher in der Schule halt. Also weil meine Deutschlehrerin das so toll fand, immer irgendwelche Stücke da zu spielen, weil wir mussten viel an Literatur lesen und mussten das dann oftmals auch dann darstellen. Und ja, da habe ich dann eben da mitgespielt. Und das Lustige ist auch, dass meine Deutschlehrerin mir damals immer gesagt hat, ich soll irgendwas aus meiner Stimme machen. Ah, finde ich auch. Sie war immer besonders, wenn ich irgendwelche Gedichte rezitiert habe oder so, dann war sie immer, oh Gott, du hast mich total in deinen Mann gezogen und so. Man muss dazu sagen, dass ich sie halt auch oft dann mit meinem Blick fixiert habe. Mit den Evil Eyes. So ungefähr, ja. Und ich neige dazu, meistens eine Augenbraue nach oben zu ziehen. Ganz unbeabsichtig eigentlich. Das kommt von selber. Und das fand sie mir total toll in Verbindung mit der Stimme dann. Und ja, da hat sie schon gesagt, oh, du musst da unbedingt was draus machen. Und ja. Naja, hast du ja jetzt. Sozusagen. Ja, zwar nicht im beruflichen Sinne, aber ja. Na gut, das muss ja auch nicht alles sein. Muss ja nicht immer beruflich sein. Nö. Sag mir mal, seit wann bist du dabei? Also mein Kanal habe ich eröffnet am 31.01.2011, aber das erste Video habe ich am 4.02.2011 oder so hochgeladen. Wie kam es denn zu der Entscheidung zu Let's Playen? Das ist jetzt wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen wahrscheinlich nicht so ist, wie das bei den meisten ist. Also ich war ja sowieso schon in dieser Faszination drin, sage ich mal. Ich habe ein paar Monate zuvor die Let's Plays für mich entdeckt gehabt und ich habe halt auch einige Freunde und Bekannte, die meine Stimme mögen, was ich zwar bis heute nicht nachvollziehen kann, aber es ist so. Und die telefonieren und skypen halt auch sehr gerne und ich bin da eigentlich nicht so der Mensch für. Ich telefoniere und skype nicht so gerne. Ich schreibe lieber. Also wenn ich die Chance habe, dann schreibe ich das lieber auf. Verstehe ich gut, ja. Und ich habe dann eben überlegt, Mensch, wie könnte man den Leuten trotzdem irgendwie eine Freude machen, auch mit der Stimme dann eben, wenn man schon nicht so gerne telefonieren mag, so sich dazu irgendwie zwingen möchte. Das kommt ja dann auch blöd, das wirkt dann eben nicht so cool. Und weil ich eben, wie gesagt, in dieser Faszination eh schon drin war und sowieso so ein kleines Spielkind bin, habe ich dann eben überlegt, Mensch, das wäre doch was, dass ich dann eben spiele. Die können dann eben das sehen, was ich da mache und sie hören meine Stimme dabei. Ich wollte ihnen im Prinzip so eine Plattform bieten, wo sie sich immer, wenn sie Lust dazu haben, irgendwas angucken können, was ich da mache. Das finde ich schön. Ohne Witz. Das ist geil. Das ist geil. So ist es entstanden. Ja. Eigentlich eine total unspektakuläre Geschichte, aber es ist wirklich so. Also was ich allerdings bemerkenswert finde, ist, dass du dann so viel Liebe auf den Namen auch gelegt hast. Also vor diesem Hintergrund, dass du wirklich so viel, ja, Überlegungen und Herzblut in deinen Namen gelegt hast. Ja, ich wollte eben nichts, was irgendwie so in so einem Random Generator oder so sozusagen zustande gekommen ist. Und ich wollte eben auch nicht unbedingt jetzt hier, wie gesagt, so ein Sweet Gamer Girlie. Hast du nicht gesehen? Das passt nicht zu mir. Das passt einfach nicht. Und sowas wollte ich nicht. Und wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, wie soll ich das dann authentisch rüberbringen? Das ist absolut richtig, ja. Denkst du, dass Authentizität, jetzt fange ich wieder an zu stottern, I love it, dass das eins der wichtigsten Merkmale für einen wirklich guten Let's Player sein sollte oder ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn du merkst, dass da jemand versucht, etwas darzustellen, was eigentlich gar nicht ist. Also wenn da zum Beispiel Jungs, sehe ich ganz oft, dass sie versuchen, einen auf dicke Hose zu machen, wie man das so schön sagt. Ja. Ne, dann irgendwie so besonders cool zu sein oder weiß ich nicht. Oder die Mädels dann besonders süß oder hast du nicht gesehen? So extra dumm stellen, sowas mag ich einfach nicht. Das merkt man, wenn das so künstlich rüberkommt. Und weiß ich nicht, sowas finde ich immer nicht so toll. Wenn diese Jungs wirklich so sind, dann ist das okay, das merkt man dann aber auch. Und wenn die Mädels so sind, dann ist das auch in Ordnung. Weil so ein niedliches Mädel so, das kommt ja auch gut rüber. Ja, absolut, klar. Es gibt ja auch viele Leute, die das mögen, ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, sobald das irgendwie aufgesetzt ist, da finde ich zum Beispiel bei PewDiePie, er ist ein super Let's Player, möchte ich gar nichts drüber sagen. Aber ich mag seine Art nicht, weil er einfach zu drüber ist für mich. Da merkt man halt, er ist zu doll schon wieder. Das mag ich auch nicht. Also das ist immer so, ich meine gut, das ist immer subjektives Empfinden, aber ich finde halt schon, dass es wichtig ist, irgendwo authentisch zu bleiben, ja. Das ist, ich denke es auch, weil wenn man mal so rumguckt, die Augenblicke, die die Menschen wirklich berühren, das sind eigentlich die, wo jemand ganz authentisch rüberkommt, wo nichts überkandideltes ist. Hm, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Also das ist einfach so und man hat ein Gefühl dafür. Ja. Also ich merke das oft, also wenn ich dann irgendwie höre, weiß ich, der versucht jetzt auf Druck lustig zu sein, sozusagen so einen geskripteten Witz irgendwie, weiß ich nicht, das merke ich, das geht gar nicht. Ja, insbesondere, weil die meistens auch nicht besonders intelligent sind, sorry, finde ich oft. Ja, es ist oft das, was mitschwingt, ne? Also da ertappt man sich, glaube ich, oft selber, dass man so dieses Urteil entfällt. Ja, geht mir auch so. Was hast du denn für deine Bekannten und Freunde als allererstes Let's Played? War das Parade? Ne, das war Donkey Kong Country damals, was ich noch in super schlechter Qualität aufgenommen habe. Ich hatte irgendwie ein 5-Euro-Headset oder so, Gott, aber es hat gereicht und ich habe das mit Hypercam 2 damals aufgezeichnet. Ach du, Jessos. Ja. Ach, geil. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann eben das Forum gefunden, habe da so ein bisschen mich durchgelesen, habe dann eben dann sowas wie Fraps dann gefunden und habe dann eben auch diese ganzen Bearbeitungssachen gefunden. Und Mensch, hier kann ich noch was am Sound verbessern und hier, ey, da kriege ich meine Bildqualität schöner. Und ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und ja, jetzt bin ich auf dem Stand, den ich aktuell habe. Ja. Was auffällt bei deinen Let's Plays, du hast sehr, sehr viele Retro-Sachen. Ist das richtig? Ja, also viel, zwar nicht alles, aber ja, sehr viel, ja. Sehr viel, also bei Weipen nicht alles. Ich meine, wer Trine 2 macht, die Esther macht und vor allem Dark Souls macht oder auch To The Moon, ist völlig klar. Ist nicht nur, aber es ist ein sehr, sehr großer Teil. Hat das noch so ein bisschen was mit deiner, ich weiß nicht, mit deiner Kindheit zu tun, dass du da noch so ein Stück mit rüber rettest jetzt in die Zeit? Oder ist das einfach die Begeisterung für diese Art der Spiele? Das ist, glaube ich, sowohl als auch. Weil ich bin halt, also mein Super Nintendo habe ich damals bekommen zum sechsten Geburtstag, beziehungsweise zu Weihnachten, weil das ist ja quasi fast zusammen. Ich habe ja einen Tag vor Weihnachten Geburtstag. Ach, du bist auch so eine, mein Bruder auch. Ja, und das war eben 1995, wo ich das dann bekommen habe und da habe ich eben ein Super Nintendo erhalten. Und da waren drei Spiele bei. Und seitdem war ich von diesem Gerät auch nicht mehr wegzukriegen. Klar, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag davor gesessen, aber meine Eltern haben mir dann auch zunehmend weitere Spiele davon dann immer besorgt und so. Und so ging das eben immer weiter. Und das sind einfach teilweise einfach Kindheitserinnerungen, die da mit reinkommen. Und ich möchte diese Erinnerungen eigentlich gerne mit anderen Leuten teilen, weil ich immer denke, Mensch, da gibt es doch auch noch andere Leute da draußen, die vielleicht auch damit groß geworden sind und sich vielleicht so mit zurückerinnern könnten. Und das ist irgendwo auch schön zu wissen, dass es eben auch solche Leute gibt, die solche alten Spiele, sage ich mal, noch kennengelernt haben und jetzt nicht nur sowas wie Call of Duty oder so kennen. Also das ist, weil diese Spiele vom Frühjahr, finde ich, irgendwie auch was ganz anderes vermitteln. Also da ist, finde ich zum Beispiel bei Super Metroid, das ist eigentlich ein uraltes Spiel, wenn man so will, das ist, glaube ich, von 1994 oder so. Ja. Da finde ich trotzdem die Grafik wunderschön. Viele heutzutage würden sagen, oh Gott, was ist das da für Pixelmanns, kann ich mir nicht angucken. Ich finde, da werden halt andere Werte einfach vermittelt auch. Gab es denn in deiner Kindheit irgendwelche Spiele, die dich bis heute geprägt haben? Also die so ein Kuschelgefühl, so noch so eine angenehme Rückerinnerung haben, die man irgendwie so mit einpacken möchte auf die einsame Insel? Ja, also das ist zum Beispiel Secret of Evermore auf jeden Fall. Also mit diesem Spiel habe ich so viel Zeit verbracht in meiner Kindheit. Oder auch Illusion of Time habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gespielt. Später auch, als ich in diesem totalen Hype drin war, Pokémon auf jeden Fall. Das ist zwar heutzutage kann ich, wenn ich so eine Phase habe, dann spiele ich auch heutzutage noch gerne Pokémon, so die ersten Gameboy-Sachen. Aber das kommt nicht so an Secret of Evermore zum Beispiel ran. Also das habe ich wirklich eigentlich fast hoch und runter gespielt, immerzu, immerzu. Das war eigentlich Dauergast in meiner Konsole. Und ja, das sind so Sachen, da erinnere ich mich super gerne dran. Ja. Lachz. Ja, das ist das. Kommt gerade in Erinnerung. Ja, so leicht. Ja, das ist tatsächlich so, dass Spiele einem ein warmes Gefühl machen können. Es ist so, wenn man sich daran erinnert. Ja, das hat mich eben in der Kindheit begleitet und eben auch stückweise auch in der Jugend nachher eben noch. Ich meine, klar, da kamen nachher noch andere Spiele dazu. Ist ja klar, man entwickelt sich auch irgendwo weiter. Aber die haben halt irgendwo so einen, wie sagt man mir so schön, so einen Platz in meinem Herzen einfach. Und ja, da bin ich halt echt glücklich drüber, immer wenn ich die dann nochmal sehe oder nochmal in der Hand habe oder so. Und vielleicht nochmal spielen kann. Das ist echt immer wieder ein schönes Gefühl, ja. Oh, ich verstehe das so gut. Mir geht das mit Day of the Tentacle so. Da kriege ich. Ich meine, ja, ich habe ein bisschen andere Spiele gespielt. Aber da geht es mir einfach so ähnlich. Da kriege ich irgendwie ein warmes Gefühl. Weil es auch eine gute Zeit war. Das verbindet sich dann ja so. Ja, auf jeden Fall. Du hast die meisten oder viele von denen, die du gerade aufgezählt hast, auch schon mal Let's Played, ne? Naja, im Moment habe ich davon nur super. Achso, von denen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, Illusion of Time zum Beispiel hast du Let's Played. Die habe ich schon Let's Played, ja. Wobei ich bei Illusion of Time überlege, ob ich das nochmal neu auflege. Weil das schon eine ganze Weile her ist und da die Qualität noch nicht so toll war. Und da waren auch Sachen, die nicht mit aufgezeichnet wurden, weil ich da noch technische Probleme hatte. Also da bin ich aber überlegen, ob ich das mache. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das tue. Aber mal gucken, vielleicht. Hör ich da so ein bisschen Perfektionismus raus? So leicht, ja. Ja, aber ich finde es einfach schade, wenn so ein Spiel, das ich eigentlich doch so gerne mag, doch noch nicht so auf dem Stand ist, den ich eigentlich gerne hätte. Okay. Also das hat es einfach nicht verdient, sage ich mal. Das soll noch schöner werden. Würdest du dann aber beide Versionen oben lassen? Ja. Okay. Also ich bin auch kein Freund davon, dann irgendwie so die ersten Sachen zu vernichten. Klar, ich finde die heutzutage auch grottenschlecht, so meine Anfänge. Aber das waren halt meine Anfänge. Das war eben so. Ach, das kennen wir alle, Evil. Echt, das kennen wir alle. Ja, weil jeder fängt halt mal klein an. Und so kann man vielleicht sehen, wie diese Fortschritte dann waren. Ich hoffe, dass welche da sind. Also, soweit ich mich jetzt durch deine Videos gekämpft habe, was jetzt nicht ganz einfach war, weil du hast mittlerweile 928 oder 27 Videos oben. Ja. Da musste ich, na gut, in zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren kommt schon ordentlich was zusammen. Auf jeden Fall, ja. Da wollte ich dich fragen, wenn du das tausendste Video hochlädst, planst du da irgendwie ein großes Feuerwerk oder irgendwas in der Art? Ein super Special, Evils tausendstes Video? Sowas in der Art? Ehrlich gesagt habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Also eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Also das kommt wahrscheinlich, wenn spontan. Also ich bin bei Specials sowieso immer so, hm, weiß nicht. Ja, das stimmt. Auf deinem Kanal sind dafür, dass du relativ viele Videos hast, ist es doch schon auffällig, dass du so gut wie keine Specials hast. Mal eine Information, dass du in Urlaub bist oder halt eine Woche nicht da bist. Dann vielleicht mal ein Tech-Video. Ansonsten ist allerdings mit Special in der Art, ist bei dir nicht allzu viel los bei deinem Kanal. Ja, das stimmt. Pass auf, da kommen wir gleich nochmal dazu, weil du hast nämlich eine andere Spezialität auf deinem Kanal, die mir aufgefallen ist und die ich toll finde. Damit kompensierst du die fehlenden Specials, finde ich. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu dieser Entwicklung, die du gemacht hast in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja. Oder zwei, dreiviertel Jahren. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du für dich eine Entwicklung feststellen? Könntest du sagen, was es dir gebracht hat, wo du dich verbessert hast, so in der Art? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schwer, sowas zu beantworten, aber ich finde, also ich habe zwischendurch auch mal meine alten Videos nochmal angeguckt. Und ich finde halt schon, dass sich so insbesondere bei der Bildqualität und Audioqualität was verbessert hat und auch mein Kommentarstil hat sich geändert. Ich rede mittlerweile mehr als früher, aber wenn ich so an gewisse Stellen komme, wo ich etwas konzentrierter bin, dann schweige ich immer noch relativ viel. Das muss ich immer noch irgendwie rauskriegen. Das ist aber auch klar, also logisch. Ja, aber ansonsten, es hat mir auch an sich viel gebracht, so dieses ganze Let's Playen, weil ich bin insgesamt etwas sehr selbstbewusster geworden. Also ich kann jetzt auch ein bisschen besser freisprechen, aber man muss dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so der Typ Mensch bin, der gerne Vorträge hält. Ich konnte das noch nie besonders gut und das hilft mir dabei doch durchaus ein bisschen. Hätte ich auch nie gedacht, aber es ist echt so. Und ja, also es hat mir auch zum Beispiel diese ganzen Videobearbeitungssachen ein bisschen näher gebracht, aus der Audiobearbeitung und so. Da habe ich durchaus einige Kenntnisse mitnehmen können, die ich vielleicht auch später nochmal brauchen kann. Das weiß ich alles nicht, das wird man ja dann sehen. Und ja, also ich bin zufrieden damit. Doch, also ich finde schon, dass ich mich verbessert habe. Was ich ganz interessant finde, weil das habe ich in so vergangenen Videos, Quatsch-Interviews auch schon das eine oder andere Mal gefragt. Und was alle übereinstimmend gesagt haben, ist, dass sie selbstsicherer in ihrer Rede geworden sind. Ja, also mir geht es wirklich so. Ich habe da irgendwie jetzt ein besseres Gefühl bei. Also wie gesagt, das geht ganz arg vielen so. Ich meine, es ist ja auch klar, auch Sprechen ist eine Übungssache. Freisprechen vor allem. Formulieren, auch wenn man ein bisschen abgelenkt ist, weil man spielt, noch klar zu formulieren. Das ist einfach so eine Übungssache. Und das gibt dann auch Selbstbewusstsein, ist tatsächlich so. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest war es bei mir so. Ich kann jetzt natürlich nur von meiner Seite aus das sagen. Aber wenn du sagst, das haben auch schon andere so berichtet dann. Das haben wirklich schon einige gesagt. Und was andere auch noch sagen, und das wollte ich dich auch noch fragen, was auch oft erwähnt wird, das ist die Community, dass man sehr viele Leute kennengelernt hat. Auf jeden Fall, ja. Mit denen man zum Teil auch recht nah zusammengewachsen ist, wie man es mittlerweile auch schon persönlich kennt. Ja. Und da wollte ich überleiten. Weil was anderen Kanälen ein Special ist, sind dir ja Togeathers. Ja, so Hype. Du bist jemand, auf dessen Kanal, finde ich, sehr, sehr viele Togeathers laufen. Unter anderem eine ganz coole Sache, da wollte ich dich unbedingt danach fragen, was es ist. Das heißt Niveau-Limbo-Time. Äußerst niveauloser, aber enorm witziger Trash. Ja. Ja, also das ist im Grunde eine Kategorie zwischen der Negoya und mir. Genau, also auch ein Together. Genau. Weil wir haben uns echt blendend verstanden, auch direkt so beim Skypen. Weiß man ja vorher auch nicht unbedingt. So, und irgendwie wussten wir nicht, so was machen wir jetzt. Und dann fiel die Idee, Mensch, lass uns doch noch irgendwas spielen. Dann haben wir eben nach einem Spiel gesucht und sie kam dann mit der Idee um die Ecke, lass uns doch Pop'n'Twinby spielen. Was um alles in der Welt ist das? Also Pop'n'Twinby ist, ja, es ist ein bisschen verstörend, dieses Spiel. Ja, für wahr. Es ist ein Shoot'em Up, glaube ich. Also das, ja, weiß ich nicht, kann man nullfalls mal nachgoogeln. Also ich kannte das Spiel davor auch nicht. Also sie war diejenige, die das kannte. Da war ich auch ein bisschen erschrocken, dass sie solche Spiele kennt. Naja, wer weiß, ne? Auch so irgendwas abgründiges. Abgründige Spielevergangenheit. Wahrscheinlich, ja. Naja, und auf jeden Fall hat sich beim Spielen von diesem tollen Game, ja, so ein bisschen etwas, wie soll ich sagen, ein niveauloser Gesprächsinhalt gebildet. Und, naja, wir hatten einfach Spaß. Das sind einfach Videos, die mehr oder minder unseren Abspackmodus zeigen. Also wir harmonieren halt recht gut miteinander und das merkt man in den Videos, glaube ich, auch. Das kann man so sagen, ja. Also ich habe gegrölt vor Lachen. Wirklich, ich lag unter dem Tisch teilweise. Ja, also wie gesagt, wer Niveau sucht, sollte da bitte nicht reingucken, aber so zum Lachen ist das auf jeden Fall super. Und dann hatte ich sie halt gefragt, Mensch, woher wir das wirklich hochladen, weil das ist ja doch ganz schön unter der Gürtellinie. Und sie sagte, ach klar, natürlich, da haben wir doch Spaß gehabt und so. Aber da muss man eben das kennzeichnen, dass das nicht so ernst gemeint ist, wie das eigentlich immer sonst so der Fall ist, weil wir ja eigentlich beide Let's Player sind, die jetzt doch eher versuchen, das ein bisschen seriös rüberzubringen. Oh ja. Klar, so ein bisschen Humor hier und da ist ja normal, aber wir versuchen eben trotzdem auch Informationen mit rüber zu bringen. Ja. Aber es hat schon so ein bisschen was vom Endstadium der blödsinnigen Heiterkeit, gell. Also was ihr da liefert. Ich habe wirklich unter dem Tisch gelegen. Und sie brachte dann eben irgendwann diesen Begriff Niveau-Limbo ins Spiel und ich dachte, jawohl, das passt perfekt. Und ja, so ist dann im Prinzip diese Niveau-Limbo-Time entstanden und ich weiß auch, dass es irgendwann da definitiv weitergehen wird. Also wir stehen da auch schon in Gesprächen und ja, aber das alles erst, wenn wir unser Together irgendwann mal abgewickelt haben. Und was togethert ihr? Das wird noch nicht verraten. Oh, ich habe die Hoffnung, ich könnte es dir entlocken, aber naja, gut, okay. Gut, ihr habt aber auch noch irgendwas anderes gelimbot, Niveau-Limboot, Pretty Soldier, Sailor Moon. Ja, das ist ein Beat'em-up quasi. Wie kommt die auf diese Spiele? Ich habe die niemals gehört, echt. Also wie gesagt, Pop and Twin, die kannte ich nicht, das kam von ihr. Sie sagte, boah, das ist so ein richtig schön beklopptes Spiel, da braucht man nicht groß nachdenken, einfach nur machen und dann ist gut. Und Sailor Moon, ich weiß gar nicht, wie das kam, also ich glaube, da hatte sie mich mal angeschrieben, boah, hast du nicht Bock, jetzt diesen Freitag oder so mal einfach zu zocken? So Sailor Moon und ja, so ist das auch im Prinzip entstanden. Also da war ganz spontan diese Idee da und dann ist das passiert, ja. Also es ist wirklich, es ist echt grandios. Ich kann es nur wiederholen, Leute, guckt es euch an. Wenn ihr da auf die Playlists geht, könnt ihr dann Dropdown machen und dann steht da Niveau-Limbo-Time, äußerst niveauloser, aber enorm witziger Trash. Und dann guckt euch das an, es ist wirklich, also wenn man einen schlechten Tag hat, dann muss man das angucken. Es ist wirklich, wirklich der Hammer. Was du gerade noch erwähnt hast, das ist ein Projekt, das du hast und zwar die Survivors. Magst du mal erzählen für diejenigen, die es nicht kennen, was du da tust? Ich meine, Survivors gehe ich mal davon aus, kennen die meisten. Ja, also Survivors ist im Prinzip eine Art, ja wie soll ich sagen, Slender-Abklatsch. Nur halt im Multiplayer und mit einem Wolf oder was auch immer das darstellen soll. Und der etwas aggressiver ist und einen auch mal gerne lautstark anbrüllt. Meist Mundgeruch hat. Und ja, das nehme ich gerne mit verschiedenen Leuten auf. Und da habe ich dann eben jetzt schon diverse Leute dann auch dabei gehabt, die sich da mit mir in den Wald getraut haben, sag ich mal. Da sind teilweise auch sehr witzige Sachen entstanden. Und das hat bei mir irgendwie so einen Ehrenplatz bekommen, weil mir das selber auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil da auch so viele Leute mit dran beteiligt sind. Und das ist im Prinzip so ein ganz großes, wie man sagen will, vielleicht Community-Projekt, wenn man so will, ja. Ja. Wen hast du schon da gehört? Boah, das sind ganz schön viele gewesen. Jetzt kann ich mal kurz in meine Playlist gucken, dass ich da keinen vergesse. Ich hab sie auf, ich seh's schon. Also die allererste unvergessen war die Meduselchen, die mir die Ohren weggebrüllt hat. Ach, hier ist das hysterische Sahnebürnchen. Ja. Als nächstes war dann die Seelenqual da. Danach war dann der Pikapi LP da. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch LPs macht, aber zu dem Zeitpunkt hat er auf jeden Fall noch welche gemacht. Der Nightmarewolf LP. Dann hatte ich der Kuhn LP und Larith LP da. Ja, das war auch sehr, sehr lustig, die Runde, da haben wir das so gut gespielt. Da hat er es viel einfach nur noch rumgebackt nachher. Dann war die Roach Grace da. Yes. Die Negoya. Mhm. Dann hatten wir noch die Mr. Lewis Carroll. Ja. Die Julia Trin, die war auch mit dabei. Zockernudel. Da kommt auch die Zockernudel, glaube ich, her, oder? Kann das sein? Ähm, jein. Ich glaube, ich hatte sie mal so angeschrieben. Ich weiß doch selber ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich darauf kam. Das war so eine spontane Eingebung. Da habe ich sie einfach Hallo, bayerische Zockernudel genannt. Und ja, so war das dann halt. Also der Name kommt von mir, ja. Ja, weil du hast nämlich dann bei den meisten, bei den meisten, together with Survivors, hast du ja dann, also nicht nur geschrieben, mit wem du spielst, sondern du hast auch den meisten dann irgendwelche prägnanten Namen, Beinamen verpasst. Mit der singenden Ösi-Braut, sagt Lori. Ja. Das war auch so eine spontane Eingebung, weil sie eben auch gerne singt. Also so Musik ist ja mehr oder minder auch ihr Leben irgendwo. Okay. Und weil sie eben aus Österreich kommt, das passte dann eben irgendwie zusammen in meinem Kopf und dann habe ich sie halt so genannt. Und ja, so ist das gewesen, ja. Der Overgrave ist zum Beispiel total auf diese Ponys und deswegen, also da steht er total drauf, deswegen habe ich ihn mal Ponygrave genannt. Ja. Und Cruel Demon ist grausi-grausam, ja. 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 Du hattest ja auch schon die Ehre und dann der Sir Seal, der war auch schon da und ja. Mal gucken, wann es da weitergeht. Also eigentlich ist das geplant, ja, aber mal gucken, mit wem zunächst. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ob es da weitergeht, weil es ja auch schon eine Weile her ist, als es das letzte hochging. Ja, also generell ist es schon geplant, dass da nochmal was kommt. Dazu müssen sich aber erstmal Opfer finden. Und natürlich auch die Zeit und alles, weißt du ja, wie das immer ist. Oh ja, ich kenne das gut, ja. Aber generell ist das schon geplant, auf jeden Fall. Also da würde ich gerne weitermachen und ich habe auch schon so Interessenten-Meldungen bekommen, aber da muss man eben sich jetzt nochmal ein bisschen einigen über den Zeitpunkt und so weiter und so fort. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Ja. Ja. Was hast du denn noch so an Together-Projekten? Ja, also wie gesagt, diese Niveau-Limbo-Sachen, die hatte ich ja am Try and Spy, das ich mit dem Toasty 534 gespielt habe. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein Jahr her. Mit dem machst du relativ häufig mal was, ne? Ja, den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Also der hat sich recht zum Anfang schon zu meinen Abonnenten gesellt und andersrum genauso. Und dann haben wir auch so Kontakt gehabt, haben sehr viel miteinander geschrieben und irgendwann fragt er, ey sag mal, hast du nicht Bock mit mir erstmal so bei mir Co-Kommentar zu machen, eben bei Super Metroid? Habe ich sehr gerne angenommen und da haben wir festgestellt, ey, wir verstehen uns doch echt gut. Und ja, daraus ist dann Together geworden und da geht es bestimmt auch irgendwann nochmal weiter. Also da haben wir zumindest schon überlegt, ob wir nicht mal irgendwann wieder was zusammen machen wollen, aber das ist eben auch wieder die liebe, böse Zeit, ne? Das wissen wir ja, wie das immer ist. Ja, ansonsten habe ich noch Dead Space 3 gespielt mit der Meduselchen. Ist ja auch so eine Shooter-Playerin, ne? Ja, Medu ist ein Shooter-Player. Ja. Das ist größtenteils, ja. Also sie mag sicherlich auch andere Spiele, aber das ist so der Fokus mehr oder minder auf ihrem Kanal, wie es scheint. Ja, dann habe ich Orks Must Die 2, was mit das Lorry ist. Das ist zwar aktuell pausiert, aber das geht auch hoffentlich demnächst weiter. Da müssen wir eben auch wieder zusammenfinden, das ist im Moment auch so das ganz große Problem, dieses Zeit-Thema immer. Du hast es, glaube ich, auch auf irgendeinem deiner neueren Videos erwähnt, ne, dass momentan beruflich gerade eine Menge los ist und das es ein bisschen schwierig macht, dann so die Zeit zu finden. Ja, auf jeden Fall. Ja, und in Survivors habe ich eben diverse verschiedene Leute dann immer dabei gehabt und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr Togethers, die ich jetzt so aus dem Stegreif weiß. Ich finde, das sind schon relativ viele. Ja, also ich lehne solche Anfragen ungern ab, aber wenn dann Leute anfragen, die ich zum Beispiel noch gar nicht kenne oder nur so flüchtig, das ist immer, hm, weiß nicht, man muss ja irgendwo auch versuchen, dass es irgendwo zusammenpasst. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich das nicht garantieren. Und wenn sie dann irgendwie ankommen, ja, hast du nicht Bock mit mir, was weiß ich nicht, was für ein langes Spiel zu spielen, das geht bei mir sowieso nicht. Weil ich möchte eh erst am liebsten erstmal ein kurzes Projekt haben mit jemandem, um dann vielleicht erstmal festzustellen, okay, das passt oder es passt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt wie zum Beispiel wieder das Paradebeispiel Negoya. Wir haben diese Trash-Sachen zusammen gemacht und haben dann festgestellt, okay, wir harmonieren ganz gut miteinander, wir verstehen uns ja auch privat super, also insofern, und haben dann beschlossen, okay, wir machen jetzt ein längeres Projekt zusammen, das nicht in die Niveau-Limbo-Schiene gedrückt werden soll. Ich betone das extra. Das dachte ich mir schon mal, sonst hättest du es wahrscheinlich erwähnt. Ja. Also dann wäre das kein so Geheimnis. Magst du uns nicht irgendeinen Tipp geben? Nein, ich mag keinen Tipp geben. Das erschreckt dich. Wie kannst du so hart sein? Tja, ich bin das böse, ich kann das. Wie offensichtlich. Ja, nee, was ich immer sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es ein längeres Projekt sein wird und dass wir eigentlich planen, das dieses Jahr auch noch zu veröffentlichen, also die ersten Parts zumindest. Also ich weiß jetzt nicht genau wann, da habe ich mich mit ihr jetzt auch noch nicht kurz geschlossen, deswegen kann ich da auch noch nicht näher zu ins Detail gehen. Und was ich dazu auch noch sagen kann, dass es in dem, also wir haben bis jetzt zumindest überlegt, das im sogenannten Alternate-Modus hochzuladen. Wer sich jetzt fragt, was das ist. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Alternate bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass wir diese Videos im Wechsel hochladen wollen. Okay. Also einen Part wird man bei ihr finden, einen bei mir. Wir werden zwar beide jeweils eine Playlist auf dem Kanal haben und dann immer die Videos natürlich da verlinken, hinzufügen, wie auch immer. Aber generell wollen wir das eben einer, dass das immer ein Video auf dem Kanal hochgeladen wird und eins auf dem anderen. Ja, also so haben wir uns das gedacht. Ob wir das dann letztlich auch so umsetzen, weiß ich noch nicht. Aber grundsätzlich ist es so erstmal angedacht, ja. Okay, also das werde ich im Auge behalten, weil da bin ich nämlich wirklich gespannt, was ihr da spielt. Ich kann es dir wirklich nicht entlocken, keine Chance. Keine Chance. Oh, schade. Ja, da ich mich mit ihr dahingehend jetzt auch wieder nicht kurz geschlossen habe und da nicht weiß, ob wir darüber jetzt, ich möchte ja auch nicht die Überraschung verderben und wenn sie jetzt sagt, Mensch, das solltest du da auch noch nicht sagen. Ich möchte jetzt nicht, dass sie dann böse mit mir ist. Wahrscheinlich würde ich mich auch schämen, wenn du es sagen würdest. Nee. Also man wird es ja spätestens sehen, wenn es irgendwann mal veröffentlicht wird. Wenn ich dich frage, was sind deine Lieblingsgenres? Das ist auch super schwer, weil ich eigentlich gerne querbeet eigentlich so fast alles spiele, aber ich glaube so mein, ja, so die Tendenz geht, glaube ich, so zu den RPGs hin. Ist denn das gemeinsame Projekt ein RPG? Lach. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe es durch die Hintertür versucht, keine Chance. Ich habe es schon bemerkt. Nee, so einfach mache ich dir das nicht. Schade, naja, gut. Ich war auch plump, ich gebe es zu. Das hätte ja klappen können. Ja, ja, nee, dazu. Da fällst du, glaube ich, nicht drauf rein. Das ist mir schon völlig klar. Was mir an deinem Kanal auch aufgefallen ist, was relativ ungewöhnlich ist heutzutage, du hast keine Facebook-Seite, ne? Das ist richtig, ja. Hat das einen Hintergrund oder bist du nur einfach zu faul? Kann ja sein. Nee, also Facebook, ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt die letzte Woche oder so eine Facebook-Seite gemacht, aber nicht für den Kanal, sondern so privat, einfach nur so zum Testen, zum Gucken. Weil eigentlich mag ich Facebook nicht so. Ich bin nicht so der Freund von Social Networks. Ich fand das früher, vor ein paar Jahren, keine Ahnung, mal richtig toll. Da war das irgendwie total innengerade. Aber Facebook ist zu dem Zeitpunkt echt total an mir vorbeigerauscht. Ich mochte damals hier so mein VZ. Da hatte ich auch einen Account, aber den nutze ich heutzutage zum Beispiel überhaupt nicht mehr, weil das interessiert mich auch irgendwie nicht. Weiß nicht, das ist, also das hat nichts mit Faulheitstun oder so. Das ist wirklich, ich mag das nicht so. Und jetzt mit Facebook bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden. Ich habe mich da jetzt mal angemeldet, weil man da auch immer gesagt hat, Mensch, wieso bist du denn nicht auf Facebook und so. Das wäre doch alles viel einfacher. Und naja, ich habe mir jetzt halt einen Account gemacht, um einfach mal zu gucken, wie das so ist, ob ich mich damit anfreunden kann oder eben nicht. Das ist jetzt so eine Art Probezeit, könnte man sagen. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht. Also ich versuche jetzt, mich dem etwas mehr zu öffnen, ja. Weil es fällt wirklich auf, weil mittlerweile haben ja fast alle Facebook. Mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe es halt auch, weil man es hat, gell. Und eigentlich, also meinen privaten Facebook-Account, den habe ich nur, weil ich sonst meine Jolina Hawk nicht anlegen kann als Fanseite. Das funktioniert nicht. Also es ist ja eine Fanseite, kein eigenständiger Account, weil Facebook ja diese unglaubliche Forderung hat, immer den Clear-Namen zu haben. Da habe ich schon überhaupt keine Böcke drauf. Ja, genau. Das sind nämlich auch so normale Probleme gewesen, auch so mit Datenschutz und so. Man kann eben auch gewisse Dinge, die man da vielleicht auf privat gestellt hat, kann man über Hintertüren dann trotzdem rausfinden. Das mag ich überhaupt nicht. Und da ist immer schon so bei mir dieses Alarmlämpchen an, sage ich mal. Das ist einfach so unglaublich komplex, dass die mit ihren Regeln teilweise Regeln aushebeln. Ja. Das ist ja auch schon, glaube ich, der Schwester von dem Guten. Na, wie heißt er denn? Da ist es ja auch schon passiert, dass irgendwelche Bilder, weil sie die Regeln falsch eingegeben hatte, dann öffentlich geworden sind. Also ich finde auch, da sollte man durchaus vorsichtig mit sein. Auf jeden Fall, ja. Du bist allerdings auf Ask M aktiv. Und zwar so richtig aktiv, weil da tobt nämlich der Bär. Ja, bin ich auch überrascht. Da kriege ich recht viele Fragen. Also da tobt echt wirklich der Bär? Das ist echt absoluter Hammer. Wie sind denn so deine Erfahrungen? Sind da auch, ist das alles freundlich oder hat es da auch dabei? Naja, also es ist, viele sind halt so Spaßfragen, was aber auch in Ordnung ist. Also da habe ich auch kein Problem mit. Und was ich nicht so mag, ist, wenn es dann so ins Persönliche geht. Also weiß ich nicht, wenn man da irgendwie gewisse persönliche Informationen haben will. So was mag ich eigentlich jetzt nicht so. Da halte ich mich mal sehr bedeckt, weil meine Privatsphäre ist halt privat. Das ist halt meine Person, die da irgendwo. Und das möchte ich einfach schützen. Das gehört für mich nicht in die Öffentlichkeit, weil irgendwo steht man da trotzdem in der Öffentlichkeit, wenn jetzt auch nicht irgendwie als Promi oder so. Aber trotzdem hat man ja nun mal im Internet eine gewisse Präsenz, sag ich mal. Und da möchte ich eben gewisse Dinge einfach nicht veröffentlichen, weil die gehören da meiner Meinung nach nicht hin. Das ist halt privat. Und da braucht man mich auch nicht nachfragen. Freunde dürfen das gerne wissen, aber das muss ich dann nicht öffentlich auf so einer Seite posten. Also ist meine Meinung. Es mag jetzt vielleicht auch wieder konservativ klingen, weiß ich nicht. Nee, ich halte das hier für wirklich sehr vernünftig. Also ich glaube nicht, dass man im Internet aus seinem Herzen eine Mördergruppe machen muss. Aber man sollte schon ein bisschen aufpassen, welche Informationen man öffentlich stellt und welche nicht. Ja, genau deswegen. Weil da sind auch schon so viele Sachen passiert. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt mir selber, aber im Freundeskreis. Man hat ja auch schon vieles gehört und so. Und weiß nicht, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist genauso mit irgendwelchen Fotos oder so. Ich stelle von mir keine Fotos online. Ja. Freunde wissen, wie ich aussehe. Und das ist auch in Ordnung so. Aber das gehört für mich einfach nicht in Verbindung mit YouTube oder mit AskFM oder sonst wohin. Auch auf Facebook wird es von mir keine Real-Life-Bilder geben. Höchstens von meiner Katze. Das ist aber was anderes. Na immerhin. Aber ich selber werde mich da nicht zeigen. Glaubst du, dass es für die Zuschauer teilweise wichtig ist, sich so ein Bild von der Let's-Playerin oder dem Let's-Player zu machen? Ich weiß es nicht. Irgendwie scheint heutzutage sowieso der Trend so extrem zu Facecam und sowas hinzugeben. Genau. Also ich weiß nicht. Mir persönlich sagt das nicht so zu. Klar, auf der einen Seite ist es natürlich insbesondere bei solchen Horrorspielen oder so immer interessant zu sehen. Mensch, wie reagiert derjenige jetzt? Oder was spielt sich da in seiner Mimik ab? Das ist natürlich schon irgendwo interessant. Auf der anderen Seite spielt aber auch mal so diese Oberflächlichkeit natürlich arg mit. Weil die einen sagen dann, boah, ist der hässlich und hast du nicht gesehen. Und sowas mag ich einfach nicht. Ich möchte mich nicht da zur Schau stellen, egal ob ich jetzt gut oder schlecht aussehe. Das gehört einfach nicht hin und weiß nicht. Ich denke auch, also ich habe ein Problem damit. Für mich geht es halt immer um das Let's-Play. Mir geht es in erster Linie um das Spiel und wie es präsentiert wird. Mich interessiert nicht, wie jemand aussieht, wenn er erschreckt. Da gucke ich gar nicht hin, es stört mich eher. Weil der Mittelpunkt bei dem Let's-Play für mich nicht der Let's-Player ist oder nur insofern, wie er mit seiner Stimme arbeitet. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch so das Hauptinstrument, sage ich mal. Also ein Let's-Player, der spricht eben und das hört man dann ja. Das ist ja eben das, was neben diesem visuellen Einfluss durch das Video ja eben mitgegeben ist. Ja, also ich sehe das ähnlich. Also deswegen wird es von mir zum Beispiel auch keine Facecam-Videos geben oder so. Also weil ich weiß nicht. Also mich würde sowas, meinen eigenen Let's-Plays auch tierisch stören. Ich meine, wer das machen möchte, ich möchte jetzt auch keinen verurteilen oder so. Das soll jetzt nicht irgendwie falsch wirken. Nein, klar. Aber ich persönlich möchte das nicht haben und ja, ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden und ja. Ja gut, es ist halt eine, eine oder war eine Zeit lang eine Möglichkeit, sich nochmal abzuheben von all den vielen Let's-Playern, die es mittlerweile so gibt. Da fällt mir eine auf deinem Kanal, was auch relativ ungewöhnlich ist. Du hast dich bislang, glaube ich, von sämtlichen Promotion-Kanälen oder Vorstellungen außer Julia Trinh ferngehalten. Das riecht ich ja. Also hat das einen besonderen Grund? Wie stehst du denn so zu diesen Promotion-Geschichten? Also ich sage immer, wer das gerne machen möchte, der soll das schön tun. Aber ich halte mich deshalb davon fern, weil ich einfach finde, dass das oftmals so eine Art, ich sage mal, Massenabfertigung einfach ist. Das wird einfach nur runtergerattert. Also ich habe mir ja durchaus auch mal solche Videos angeguckt. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach so, ich habe das gesehen und finde es scheiße. So ist es nicht. Ich habe mich damit durchaus auch mal befasst und mir fehlt halt echt so dieses Herzblut, diese Seele dahinter. Weil die meisten, die haben da ellenlange Wartenlisten und dann machen sie irgendwie so eine Forschung von fünf Minuten, wenn es hochkommt, beschäftigen sich gar nicht richtig damit. Die Recherche fehlt und bei Julia ist es dahingehend zum Beispiel ganz anders. Die hat wirklich Herzblut dahinter. Das merkt man auch, dass sie hinter diesem Projekt steht und dass sie da wirklich auch ihre Seele irgendwo reinlegt. Das merkt man eben bei jedem Video, egal wie eng sie mit der Person da jetzt in Kontakt steht. Sie bemüht sich wirklich darum, diejenige so gut es geht, dort zu präsentieren, auf alles einzugehen, was sie da irgendwo gefunden hat. Sie präsentiert die Videoschnipsel und jede Vorstellung geht mindestens so 20 Minuten. Ja. Und das ist was ganz anderes. Deswegen ist das für mich auch da was anderes, das sie mich vorgestellt hat. Eigentlich wollte ich das eigentlich so auch nicht. Ich weiß nicht, du bist ein bisschen genötigt worden. Und sie hat mich dann im Prinzip mehr oder minder dann da einfach, ich schreibe dich jetzt auf die Liste, keine Widerrede und gut ist. Und letztlich freue ich mich darüber, dass sie das gemacht hat, weil ich soeben eine Vorstellung bekommen habe, die wirklich auch mit Herz gemacht wurde. Und das merkt man halt auch. Und das ist das, was ich wirklich an ihr auch sehr schätze. Und das fehlt mir bei anderen Sachen einfach. Und deswegen möchte ich mich damit auch echt nicht identifizieren irgendwie. Weiß ich nicht, das gefällt mir nicht. Ich meine, wenn du die schon so angeguckt hast, die Kanalbewertungen, das geht ja oft auch nach einem ähnlichen Schema. Da wird Kanalbanner und Grafik und Gedöns bewertet. Wenn du Kanäle für dich bewertest, wonach guckst du denn? Was ist denn dir an Kanälen das Wichtigste? Also nur jetzt für dich selber, wann wirst du auf den Kanal aufmerksam? Das ist eigentlich immer ein purer Zufall. Also das ist jetzt eigentlich nichts, wonach ich so explizit gucke. Also meistens, ich meine gut, das Erste, was mir so ins Auge fällt, sind meistens so die Projekte. Spricht mich da irgendwas von an? Also wenn ich da jetzt einen reinen Minecraft-Kanal habe, stehen die Chancen relativ schlecht, dass ich da bleibe, weil Minecraft ist jetzt nicht so das Spiel, das mich irgendwie großartig bewegt. Das ist nicht in der Art, wie die meisten das spielen, ne? Ja, ich meine gut, ich finde Minecraft auf der einen Seite echt faszinierend, was man da alles mitbauen kann. Da hast du so viele Freiheiten. Aber es ist halt kein Spiel, womit ich irgendwie warm werde. Also ich persönlich habe es auch schon versucht, so ist es nicht, aber es ist nicht meins. Und wenn ich mir dann einen Kanal angucke und sehe, ey, der hat ein Projekt, das interessiert mich, dann gucke ich mir ein Video an, oder zumindest ich klicke es erst mal an. Wenn ich dann merke, ey, dieser Typ, der ist sympathisch, der bringt das gut rüber, für mich jetzt so, dann stehen die Chancen auch recht gut, dass ich mir das weiter angucke. Aber vom optischen her, kanaltechnisch, ist da jetzt eigentlich nicht so viel. Was mich da irgendwie abhält oder dazu einlädt, da mal raufzugucken. Das ist echt purer Zufall. Manchmal finde ich dann eben, wenn ich ein Spiel suche und klicke dann irgendwie rauf, wenn mir da ein Video angezeigt wird, dann vielleicht noch. Aber sonst lasse ich mich da eigentlich wenig beeinflussen. Also das heißt, du guckst tatsächlich erst mal nach Projekten und dann, ob dir die Art und Weise gefällt. Genau. Ja, ich denke auch, das ist eigentlich das Wichtige bei Kanälen und das kommt in den meisten Kanalbewertungen viel zu kurz. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine gut, die haben auch nicht so die Zeit, sich damit zu beschäftigen, wenn man wirklich mal diese Wartelisten anschaut. Ich habe da teilweise schon gehört, dass die irgendwie über ein Jahr Wartezeit haben. Ich meine klar, dass man da jetzt nicht diese Zeit hat, sich da irgendwie eingehend mit jedem Kanal zu befassen, ist klar. Da sollte man auch nicht zu viel erwarten, aber weiß nicht, da fehlt mir echt die Seele drin und das gefällt mir einfach so nicht und da möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Deswegen distanziehe ich mich davon auch. Ja. Jetzt habe ich gerade eine Rückkopplung. Ich hoffe nicht, also kurz für die Zuhörer. Ich hatte gerade auf dem Mikrofon eine Rückkopplung meiner eigenen Stimme. Hoffen wir mal nicht, dass es die Aufnahme vergurkt. Ich glaube aber nicht. Was hat dich dann dazu bewogen, Ask.fm zu machen, um nochmal auf diese Community und Fragereien zurückzukommen? Also ich war ursprünglich mal bei Formspring angemeldet. Einfach nur so, weil ich den Leuten irgendwo eine Möglichkeit geben wollte, mir auch anonym eventuell Fragen zu stellen, weil viele haben sich ja dann so und wollen sich dann nicht irgendwie zu erkennen geben, wegen PN oder so, weil ich sage immer, ja, dann schreibt mir noch eine PN. Ja, nee, traue ich mich nicht und so. Weißt du ja, wie das immer ist. Also ich weiß zwar, ich beiß zwar eigentlich nicht, es sei denn, ich habe Hunger. Nee, aber ich wollte eben einfach den Leuten so eine Möglichkeit geben, dass sie mir trotzdem Fragen stellen können, die sie vielleicht bewegen. Ist mir jetzt egal, ob das unsinnig ist oder ob sie das wirklich interessiert. Die dann auch anonym irgendwo an mich heranzutragen. Und da ist eben sowas wie Ask.fm eine super Plattform für. Und ja, ich versuche auch immer da relativ zeitnah zu antworten. Das geht mir auch mit den Kommentaren und PNs und sonstigen Dingen so. Also ich versuche immer relativ zeitnah, das alles zu bearbeiten. Und ja, das ist mir auch wichtig, dass die Leute dann ihre Antworten kriegen. Ja. So wie ich das sehe, also unter deinen Videos tobt ja auch der Bär. Also da ist wirklich eine ganze Menge los. Nicht nur auf Ask.fm. Ich denke, da wirst du sicherlich schon einiges an Zeit auch reinstecken. Rein neben dem Let's Play. Ja, aber ich mache das sehr gerne, weil es ist auch schön, diesen Kontakt irgendwo zu haben. Ja. Also das ist echt schön dann auch zu sehen, dass die Leute sich die Videos auch angucken, dass sie vielleicht mir einen Tipp geben. Oder wenn man zum Beispiel liest, ey, das fand ich total lustig oder so, sowas freut mich total. Weil dann weiß ich, okay, in diesem Moment habe ich diesenjenigen irgendwo einen Moment geschenkt, wo der nicht an irgendwelchen Scheiß gedacht hat, was irgendwo passiert ist. Da gibst du mir auch so ein Stichwort, weil das scheint ja auch so ein bisschen dein Kanalmotor zu sein. Wenn man auf deiner Über-uns-Seite liest, dann schreibst du ja, hallo, du da? Ja, genau du. Genau dich vom Bildschirm meine ich. Du fragst dich vielleicht, was dich hier erwartet. Dann sagst du kurz, was erwartet. Hier gibt es Let's Plays zu verschiedenen Spielen, von Jump'n'Run über RPG bis hin zu Survival Horror. Ist so ziemlich alles dabei. Für die Zuhörer stimmt auch. Es ist wirklich komplett durchgemischt. Einzig so ein klassisches Click & Point habe ich vermisst. Ja, gut, das stimmt. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Kann vielleicht auch noch kommen. Ansonsten ist wirklich alles drin, was man so an Genre hat. Und jetzt geht es weiter. Meine Intention ist es, Spaß zu haben, Spiele vorzustellen und andere Menschen vom monotonen Alltag abzulenken. Es passiert genug Ungerechtes und Schlechtes in der Welt. Daran soll man bei meinen Videos nicht denken. Ein kleines Lächeln soll es den anderen schenken. Ein bisschen die Stimmung bessern. Auch, wenn es nur dadurch geschieht, dass ich verpeilt bin und sehr oft feile. Weißt du, was ich unglaublich interessant finde? Na? Ja. Was denn? Du wirst gleich sagen, ja, liegt da auf der Hand diese Frage. Das ist schon sehr, 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 wie soll man sagen, sehr auffällig. Da will das böse, blutige Auge, beziehungsweise die bösen, blutigen Augen, wollen Momente des Lächelns schenken. Das ist echt ein extremer Widerspruch. Ja, schon. Das ist schon irgendwo richtig, ja. Aber ich weiß nicht, es ist halt so echt so. Es passiert so viel Mist im Leben. Also weiß ich nicht, wenn man irgendwie Stress auf Arbeit hat in der Schule oder man hat sich mit den Freunden gestritten oder was weiß ich. Man ist dann in der schlechten Stimmung und will eigentlich nichts mehr hören heute irgendwie, weiß ich, und denkt sich, boah, ich ziehe mir jetzt die Decke über den Kopf und komme nie wieder raus, so ungefähr. Und gerade in solchen Momenten finde ich es schön, wenn ich dann, weil ich weiß von mir selber, wenn ich in solchen Momenten bin, dass ich dann mir gerne irgendwie was suche, womit ich mich ablenken kann. Und das ist dann oftmals auch früher schon gewesen, als ich dann eben so diese Let's Plays entdeckt habe, dass ich einfach mir ein Video angeguckt habe. Und plötzlich dachte ich so, ey, das ist lustig, da habe ich mich echt drüber freuen können, das hat mir gut getan in dem Augenblick. Und genau solche Erinnerungen, die ich dann da hatte, wollte ich irgendwo auch anderen geben. So, auch wenn das vielleicht nicht in so einem extremen Maß passiert, aber hin und wieder kommt das schon vor. Und wenn ich dann solche Kommentare erhalte, was weiß ich, boah, ich habe mich köstlich amüsiert, das sind für mich so diese Momente, wo ich denke, schöner kann man mir das eigentlich gar nicht sagen. Was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist echt richtig, richtig toll. Das ist echt eine Art Genugtuung schon. Daran sieht man einfach auch, dass das Böse deutlich komplexer ist, als es auf dem ersten Blick zu sein scheint. Tja, vielleicht. Tja, scheint so. Dann geht es noch weiter, weil eins wollte ich noch ansprechen, weil, Ivel, so langsam nähern wir uns auch schon unserem Ende, unserem Interviewende. Ui, das ging aber schnell. Gell? Ja. Was ich aber nicht, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, weil wir auch gerade so mit Community und Zuschauern, weil wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben. Das geht dann weiter. Eine letzte Info aber noch. Ich bin weiblich. Okay? Okay. Hast du da irgendwie schon blöde Anmache erlebt, wegen deiner doch recht tiefen Stimme? Naja, was heißt blöde Anmachen? Das Lustige bei meiner Stimme ist halt, sie ist eben relativ unspezifisch für mein Geschlecht. Ja, eben, genau das ist sie nicht, das ist ja das Spannende, ist ja nicht. So, und das ist halt so, viele Kommentare, die ich bekommen habe, waren dann eben so, ja, du hörst dich eben an, erstens wie ein Junge und meistens eben so zwischen zwölf und sechzehn, entweder so kurz vorm Stimmbruch oder so mittendrin stecken geblieben. Also es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich irgendwie sagen, ja, also da erkenne ich jetzt eine erwachsene Frau drin. Also die meisten glauben, ich bewege mich halt so im jugendlichen Alter und bin eben männlich. Also ich meine, gut, am Anfang habe ich das schon öfter echt, ja, genervt, sag ich mal. Mittlerweile kommen so eine Kommentare eigentlich seltener. Kommen zwar hin und wieder auch noch vor. Zum Beispiel hatte ich einmal unter irgendeinem Zelda-Video, boah, eigentlich mag ich gar keine Kiddy-LPs, aber du bist irgendwie anders, das ist total toll, mach weiter so. Da wusste ich in dem Moment auch nicht, was ich davon halten soll, aber... Ja, was will man da auch schreiben. Ja, ja, weiß ich nicht, also da habe ich im ersten Moment auch gedacht, hm, was soll ich davon jetzt halten, aber woher soll er es wissen, ne, wenn er mich nicht kennt oder sie, weiß ich nicht, äh, diesen Kommentar habe ich halt erhalten und da habe ich ihm auch gedacht, na gut, er hat es sicherlich nett gemeint, ähm, aber es wirkte trotzdem ein bisschen komisch. Ja, aber, Gott, das war jetzt nicht so schlimm oder so, es hat mich nicht verletzt oder so, es, ich weiß halt, dass ich eine sehr spezielle Stimme habe, ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ist immer, wenn du was Hervorstechendes hast, das ist immer beides, das ist so. Ja, und ja, aber das ist, also es ist nicht so schlimm, also wie gesagt, ich hatte auch schon sowas wie, du bist eine Frau, nee, das höre ich nicht, sowas hatte ich auch schon. Naja, das hat weniger mit deiner Stimme als vielmehr mit den Erwartungen, die die Menschen wie eine Stimme zu sein hat, haben. Ja, das kann auch sein, ja. Ja, das ist tatsächlich so, weil man hört die Frau definitiv raus, also ich höre sie, ich meine, ich habe auch echt schon trainierteres Ohr als so ein 13-Jähriger. Wahrscheinlich, ja. Vermutlich. Ich höre die Frau eindeutig raus, aber ich weiß natürlich, dass von Frauenstimmen oft das anderes erwartet wird und wenn das nicht kommt, dann sind die Leute irritiert und dann kommt es oft zu so ein bisschen doofen Kommentaren. Ja, naja, wie gesagt, also wirklich beleidigend wurde wegen der Stimme jetzt keiner, also das ist es nicht, aber es ist eben primär so diese Intention, boah, also du klingst irgendwie, weiß ich, wie mitten im Stimmbuch oder kurz davor oder so. Ja, sowas. Aber ich habe auch oft schon gehört von anderen Mädels, Frauen, wie auch immer, dass die ähnliche Kommentare bekommen haben, obwohl die eine wesentlich höhere Stimme haben als ich. Also es war zum Beispiel damals, ich weiß noch, die Oro Diabolus, als die noch ein bisschen aktiver war, die ist aktuell ja leider inaktiv, was sehr schade ist, aber das hat eben auch private Grunde bei ihr, die hat eine relativ hohe Stimme, finde ich, also eine höhere auf jeden Fall als ich und die hat auch oft irgendwie so eine Kommentare bekommen, so was weiß ich, ja, jetzt werde erst mal erwachsen, bevor du so eine Sachen spielst, Junge und so, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich von sowas halten soll, weil ihr, finde ich, hört man sofort, dass das eine Frau ist und klar. Das hat echt was mit der Erwartungshaltung zu tun, schlicht und ergreifend. Mir haben, mir, mir haben sie auch schon geschrieben. Hey, kleine Junge, wieso tust du denn, als seist du eine Frau? Also, das habe ich dann gelöscht, was soll ich denn darauf antworten, was ein Blödsinn, ne? Also das, also, ja, es hat immer was mit Erwartungshaltung auch zu tun. Ja, das kann schon sein. Ja, Erwartungshaltung, liebe Evil, das ist so jetzt die ultimative Frage, mit der ich dich erschlagen werde. Oh, ich habe Angst. So zum Abschluss. Was wünschst du dir so für deinen Kanal? Was erwartest du von dir, dass das mit deinem Kanal passiert, was du dir wünschst? Böse Frage. Naja, also, was heißt wünschen? Also, ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin auch genügend Zeit dafür finde, meine Videos natürlich fertigzustellen, dass ich weiterhin viel spielen kann und das auch mit anderen Leuten teilen kann. Dass ich vielleicht weiterhin nette Leute kennenlerne, weiter Bekanntschaften oder vielleicht auch Freundschaften knüpfen kann. Ja, im Grunde soll alles mehr oder minder so bleiben, wie es jetzt ist. Bloß vielleicht noch mehr Leute, mit denen man vielleicht noch mehr Kontakt hat, weiß ich. Sowas halt. Also, dass die Community insgesamt noch ein bisschen wächst. Das wäre schön. Und ja, das ist es im Prinzip. Also, ich habe ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, was für Ziele. Also, so ist es nicht. Ja, das kommt bei deinem Kanal auch klar rüber. Also, der ist einfach echt. Das ist schön. Das soll er auch sein. Ja, ist er auch. Ich kenne viele, die so tun und es nicht sind. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die tun bescheiden und ich will nicht. Und in Wirklichkeit stimmt es doch alles überhaupt gar nicht. Und deiner ist einer von den Kanälen, die so echt und glaubwürdig sind, dass man ihn einfach kennen muss. Deswegen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr Evil noch nicht kennt, dann geht ihr jetzt bitte sofort in die Videobeschreibung und klickt auf den Link und guckt euch mal an, was Evil da so macht. Und dann lasst euch verzaubern. Und damit beschließen wir dieses Interview. Liebe Evil, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Das war echt eine Ehre für mich. Ja, für mich aber auch wirklich auch. Echt, da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Und euch da draußen wünsche ich euch noch einen schönen Restabend oder einen schönen Restsonntag oder was auch immer. Und sage Ciao. Ciao.